Was ist das Thema Sozialmissbrauch in der Steiermark? Die Unterstützung brauchen, die von unseren Steuergeldern auch bestritten werden, wie das von manchen ausgenutzt wird. Wir haben hier als Grundlage für diese Pressekonferenz umfangreiches Zahlenmaterial. Wir haben drei Anfragebeantwortungen. Wir haben eine vom Sozialminister Rauch, wir haben eine von der Soziallandesrätin Campus und wir haben eine vom Innenminister Karna. Die beiden auf Bundesebene habe ich eingebracht, die Anfrage an die Soziallandesrätin Campus hat der Marco Triller eingebracht. Und die wichtigsten Kennzahlen, Sie haben es auch in Ihren Unterlagen, sehr geehrte Damen und Herren, zur Sozialunterstützung einmal allgemein in der Steiermark, die wir jetzt auch vom Bundesminister Rauch, vom Sozialminister Rauch auch hier bekommen haben. Im Jahr 2023 gab es in der Steiermark 20.831 Bezieher der Sozialunterstützung. Und deutlich mehr als die Hälfte, nämlich 52,32 Prozent davon waren Ausländer. Und davon wiederum waren 27 Prozent Asylberechtigte. Und in Graz befanden sich 70 Prozent aller dieser ausländischen Bezieher. Also der absolute Großteil dieser ausländischen Bezieher sind in der Landeshauptstadt Graz. Von den vollunterstützten Beziehern, das sind jene, die die 1.053,64 Euro netto beziehen, waren 65,34 Prozent Ausländer. Die Gesamtkosten beliefen sich im Jahr 2023 auf rund 79,95 Millionen Euro. Also 80 Millionen Euro in der Steiermark werden dafür aufgewendet. Und das ist auch eine Kostensteigerung von rund 15 Millionen Euro im kurzen Zeitraum von nur vier Jahren. Also im Vergleich im Jahr 2020 waren es 65 Millionen Euro und jetzt sind wir eben bei fast 80 Millionen Euro. Also man sieht, das Ganze ist ein Fass ohne Boden und die Kosten für den Steuerzahler steigen enorm an. Und ich denke, mit diesen 80 Millionen Euro könnten wir auch andere wichtige Projekte umsetzen. Die wichtigsten Kennzahlen zum Sozialbetrug in der Steiermark, das ist jetzt die Anfragebeantwortung der Soziallandesrettung. Da haben wir zum einen offene Forderungen gegenüber rechtskräftig verurteilten Sozialbetrügern. Also jene Summen, die quasi diejenigen, die rechtskräftig aufgrund des Delikts des Sozialbetrugs auch abgeurteilt wurden, sind 313.464 Euro. Das ist wiederum eine Steigerung von über 43 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Also in einem Jahr um 43 Prozent angestiegen. Und dazu muss man auch sagen, und das ist besonders bemerkenswert aus meiner Sicht, es hat 1.256 Fälle eines unrechtmäßigen Bezuges von Leistungen aus der Sozialunterstützung gegeben. Aber nur 118 wurden angezeigt im Rahmen, also angezeigte Fälle im Rahmen der Sozialunterstützung. Also lediglich ein bisschen über 9 Prozent. Und da stelle ich mir schon die Frage, und das wird auch die Frau Landesrätin Kampus zu beantworten haben, na warum werden nicht alle dieser Fälle und aller dieser Verdachtsfälle angezeigt? Das sollen dann doch bitte unabhängige Gerichte entscheiden, ob hier Sozialbetrug fortliegt oder nicht. Und das soll nicht der Beurteilung von irgendwelchen Landesbediensteten unterliegen, die ja noch dazu politisch weisungsgebunden sind. Das sollen unabhängige Richter beurteilen und ich erwarte mir schon, wenn es Verdachtsfälle gibt im Sozialbetrug. Und das Sozialbetrug, das ist ja kein Kavalierstelikt, das ist ein Betrug an der Gesellschaft, das ist ein Betrug an uns allen, das ist ein Betrug an den Steuerzahlern und das ist auch unfair gegen jenen, die zu Recht die Sozialunterstützung beziehen. Also das erwarte ich mir schon, dass alle dieser Verdachtsfälle auch zur Anzeige gebracht werden und ob es dann zu einem Verfahren und zu einem Urteil auch kommt, das soll bitte nicht ein politisches Büro letztlich auch entscheiden. Die Frau Kampus, muss ich auch sagen, ist für die Steiermark gut, dass sie jetzt endlich aufhört, dass sie die Landesregierung verlässt, weil die Frau Kampus hat im Sozialbereich und auch im gesamten Asylbereich mit ihrer toleranzromantischen Zugangsweise einen Scherbenhaufen hinterlassen und hat die Steiermark immer attraktiver auch gemacht für Sozialleistungsbezieher, für Zuwanderer aus aller Herren Ländern. Also das ist sicher kein großer Verlust für die Steiermark, ganz im Gegenteil. Und zum letzten Zahlenwerk und ich möchte auch sagen, falls Sie dann Detailfragen haben, die genauen Aufgliederungen, wir haben alle Anfragebeantwortungen auch mit, also wir können, glaube ich, jede Frage auch beantworten und da würde ich jetzt schon anbieten, dass wir das dann im Zwiegespräch nach dem offiziellen Teil machen, stehen wir gerne zur Verfügung, weil das ja recht umfangreich ist, das Ganze. Also darum habe ich das jetzt auch sehr komprimiert gebracht und jetzt nicht zu sehr ins Detail gehend, aber die wichtigsten Zahlen. Ja, und die letzte ist eben von der Taskforce, Sozialleistungsbetrug, eine wichtige Ebene. Auf Bundesebene wurde von Herbert Kickl als Innenminister damals auch eingeführt und man sieht an den Zahlen, wie wichtig diese Taskforce ist, die sich im Bundesministerium für Inneres auch mit dem Phänomen und mit dem Problem Sozialleistungsbetrug auseinandersetzt. Also der Herr Innenminister Kahner hat mir geantwortet, dass es in der Steiermark im vorigen Jahr 371 Verdachtsfälle gab, davon waren 216 in Graz, das waren 58% in Graz, 389 Tatverdächtige, davon 267 Ausländer, also 68% der Tatverdächtigen waren Ausländer, wiederum die überwältigende Mehrheit und die Schadenzumme für die Steiermark im vorigen Jahr durch diesen Sozialleistungsbetrug belief sich auf 1.574.000 Euro, also über 1,5 Millionen Euro, die Schadenzumme, was aus dem Sozialleistungsbetrug dem Steuerzahler auch hier zu Lasten gefallen ist. Ja, was wir auch in Erfahrung bringen konnten durch diese Anfrage, Beantwortung aus dem Innenministerium, Heimaturlaube von Asylwerbern stehen auf der Tagesordnung, das ist besonders bemerkenswert, dass man dort Urlaub macht, wo man angeblich verfolgt wird, wo man nicht sicher sein kann, wo man geflüchtet ist, ja, aber der Fluchtgrund ist dann scheinbar nur dazu da, auch um hier in der sozialen Hängematte liegen zu können, weil wenn man nach Hause fährt, sozusagen auf Heimaturlaub, die Familie besucht, vielleicht auch noch ein bisschen was von der Sozialunterstützung, mitbringt für die Verwandten und dann kommt man wieder zurück und ist wieder im Asylsystem drinnen und im Sozialsystem, da passt irgendwo das Verhältnis nicht. Also bitte, wo Urlaub gemacht werden kann, dorthin kann auch abgeschoben werden und da sind selbstverständlich auch Afghanistan und Syrien dabei, bei diesen Ländern, wo die Leute heimfahren auf Heimaturlaub und dann wieder zurückkommen im Sozialsystem und in der sozialen Hängematte sich befinden. Das Ganze, was ich Ihnen jetzt gebracht habe, dieses Zahlmaterial, da sprechen wir, so wie immer, wenn wir über Dinge im Zusammenhang mit dem Asylwesen sprechen, um die Symptome, um die Auswirkungen, die wir haben. Und der Zugang der Freiheitlichen Partei ist, dass wir uns nicht nur die Auswirkungen annehmen, Ich habe es gesagt, diese Taskforce ist sehr, sehr wichtig, dass das bekämpft wird, dass dem nachgegangen wird, dass das aufgeklärt wird und dass das auch gerichtlich in letzter Folge abgehandelt wird. Aber die Ursache ist halt nach wie vor die völlig aus dem Ruder gelaufene Zuwanderung, Massenzuwanderung, Völkerwanderung. Wir hatten in den letzten fünf Jahren in Verantwortung dieser schwarz-grünen Bundesregierung über 240.000 illegale Einreisen, über 240.000 Asylanträge. In so kurzer Zeit, stellen Sie sich vor, wenn wir das alle fünf Jahre hätten, diese hohe Anzahl. Und wir hatten absolute Rekordjahre dabei. Das Jahr 2022 mit 112.000 Asylanträgen war das absolute Rekordjahr, das es jemals in Österreich gegeben hat. Das hat 2015 noch in den Schatten gestellt. Damals waren es 88.000 Anträge. Und selbst im Vorjahr waren es noch 60.000 Anträge. Also darum verstehe ich nicht, warum der Herr Innenminister auch heute wieder scheinbar immer wieder von einer Asylbremse und einem starken Rückgang der Zahlen spricht. Es stimmt einfach nicht. Es ist einfach nur Gerede, was uns hier die ganze Zeit auch jetzt vor den Wahlen erzählt wird und aufgetischt wird. Aber die Menschen sind nicht dumm. Die Menschen lassen sich auch nicht für blöd verkaufen. Und die Menschen wissen ganz genau, dass es nur eine Bewegung gibt, eine politische, in der Steiermark und in Österreich, die bereit ist, das Asylsystem an der Wurzel zu packen, für einen völligen Asylstopp zu sorgen, für eine groß angelegte Rückschiebeaktion zu sorgen, Rückführaktion, und zwar jene, die rechtskräftig negativ beschieden sind im Asylverfahren. Also das heißt, die gar nicht hier sein dürfen. Wir müssen den Rechtsstaat sicherstellen, wir müssen den Rechtsstaat auch durchsetzen, und zwar mit allen Mitteln. Und wir müssen natürlich auch jene, die straffällig werden, die kriminell werden, auch außer Landes bringen. Das ist ein riesengroßes Sicherheitsthema. Sie brauchen sich nur die Kriminalitätsstatistik ansehen. Das schaut ähnlich aus wie in den einzelnen Sozialstatistiken. Und die Herkunft der Tatverdächtigen in der Kriminalitätsstatistik spricht eine klare Sprache, so wie auch die Belegungszahlen unserer heimischen Gefängnisse, wo mehr als die Hälfte der Insassen keine österreichischen Staatsbürger sind. Ja, und dann möchte ich das Wort jetzt übergeben an Marco Triller, der den zweiten Teil unserer Pressekonferenz jetzt abhandeln wird. Da haben wir gleich Platz. Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Hannes Amesbauer hat viele Zahlen gebracht. Ich weiß, das ist vielleicht alles ein bisschen technisch, aber Sie haben in Ihren Unterlagen diese Zahlen auch ersichtlich. Und in weiterer Folge haben wir aufgrund dieser Anfragebeantwortungen und dieses Zahlenmaterials einen Sieben-Punkte-Plan erstellt zur Bekämpfung des Sozialbetrugs in der Steiermark. Auch diese sieben Punkte sind ersichtlich in Ihren Unterlagen. Und ich werde ganz kurz auf die einzelnen Punkte jetzt eingehen. Wir haben mehrere dieser Punkte auch schon in der vergangenen Legislaturperiode eingebracht, auch in der aktuellen Legislaturperiode. Die wurden aber alle von ÖVP und SPÖ abgeschmettert, beziehungsweise auch schubladisiert. So zum Beispiel bei unserem ersten Punkt Implementierung eines steiermarkweiten Erhebungsdienstes, wo es einfach darum geht, einen Prüfdienst zu implementieren, der den Sozialbetrug bekämpft. In Graz beispielsweise gibt es ja auch so einen Erhebungsdienst und jetzt gibt es eine kommunistische Regierung mit den Grünen und den Sozialisten. Und scheinbar ist dieser Erhebungsdienst so gut, dass dieser nicht einmal abgeschafft wurde. Also wir brauchen sowas natürlich auch steiermarkweit. Hier hat sich die Soziallandesrätin Campus aber immer wieder dagegen gesträubt. Beispielsweise gibt es auch in der Schweiz sogenannte Sozialdetektive, die allfälligen Sozialbetrügern ebenfalls auf die Schliche geht und verdeckt observieren und auch Bildaufzeichnungen machen können. Auch so ein Modell könnten wir uns in der Steiermark vorstellen, um den Sozialbetrug zu bekämpfen. Zweiter Punkt, konsequente Überprüfung und Einforderung von Rückzahlungen sowie Anzeigepflicht bei Strafbehörden, beispielsweise bei Verstößen gegen Meldeverpflichtungen. Wir wissen, dass zahlreiche Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre sich auf Verletzungen der Meldepflicht zurückzuführen sind. Und da braucht es natürlich ein rigoroses Einfordern. Und natürlich, die Rückzahlungen müssen auch umgesetzt werden, damit in weiterer Folge dieser Sozialmissbrauch nicht mehr getätigt wird. Drittens, Deutsch als Voraussetzung von Bezug von Sozialhilfe. Das ist für uns eigentlich ganz logisch. Wenn man in ein Land kommt, dann muss Deutsch eigentlich die Mindestvoraussetzung sein, dass man Sozialleistungen beziehen kann. Da können wir natürlich uns auch das oberösterreichische Modell vorstellen, wo eben Deutschkenntnisse Pflicht sind, um überhaupt dementsprechende Sozialleistungen beziehen zu können. Natürlich auch Integrationswillen und Leistungsbereitschaft. Punkt vier, Einführung einer Bezahlkarte für Asylwerber. Wir wissen ja, Asylwerber befinden sich in der Grundversorgung. Und da brauchen wir nach dem niederösterreichischen Modell ebenfalls das System weg von den Geldleistungen hin zu mehr Sachleistungen. Und ich denke, in der Steiermark ist es ebenfalls umsetzbar. Wir haben auch in, glaube ich, in der letzten Sitzung sogar diesen Antrag eingebracht. Dieser wurde ebenfalls von ÖVP und SPÖ abgeschmettert. Ich denke, da kann man natürlich Österreich und auch die Steiermark dementsprechend unattraktiv machen für Asylwerber, die zu uns nach Österreich kommen, aufgrund der hohen Sozialleistungen. Punkt fünf, Einführung des Herkunftslandprinzips für EU-Bürger prüfen. Das heißt, da geht es um eine Prüfung, darum, dass Sozialleistungen beispielsweise von anderen EU-Ländern, die bei uns in Österreich wohnen, auch dementsprechend die Sozialleistungen in der Höhe ihres Herkunftslandes auch bekommen. Ich glaube, eine Prüfung wäre hier notwendig, weil es kann natürlich nicht sein, dass man, wenn man aus einem anderen Land kommt, geringere Sozialleistungen bekommt, als wenn man dann in Österreich ist. Noch dazu wäre es für uns freiheitlich auch wichtig, dass das auch an eine gewisse Zeit des Hauptwohnsitzes gebunden wird und natürlich auch an eine gewisse Steuerpflicht. Sechstens, Überforderung durch Anpassung der Höchstsätze im Sozialunterstützungsgesetz verhindern. Es gibt im Sozialunterstützungsgesetz immer ein bisschen einen Spielraum, einen Ermessensspielraum und da ist es für uns wichtig, auch die Höchstsätze für Minderjährige, beispielsweise in Oberösterreich wurde das eingeführt. Wir wissen, dass gerade Familien, die aus dem Ausland kommen, ja, kinderreicher sind als unsere österreichischen Familien und die profitieren natürlich extrem dann von diesen Sozialleistungen und auch hier müssen wir Anpassungen durchführen. Und der Punkt 7, Informationsblätter ausschließlich in deutscher Sprache, ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt in der Steiermark so Informationsblätter zur Sozialunterstützung in den Sprachen Arabisch, Farsi, Russisch und Englisch und für uns ist es natürlich wichtig, gerade in Österreich, in der Steiermark, wo die Amtssprache Deutsch ist, dementsprechende Informationsblätter auch in Deutsch herauszugeben, weil wir eben sagen, dass Deutsch eine Mindestvoraussetzung sein muss, damit man überhaupt Sozialleistungen beziehen kann. Aus unserer Sicht ist dieser 7-Punkte-Plan zur Bekämpfung des Sozialmissbrauchs in der Steiermark aktueller denn je und wichtig ist für uns, dass wir diesen 7-Punkte-Plan so rasch als möglich umsetzen, um weitere Missbrauchsfälle in der Zukunft verhindern zu können. Der Hannes Amesbauer hat es angesprochen, wie viele Asylanträge wir in Österreich in dieser Legislaturperiode hatten unter einer schwarz-grünen Bundesregierung und ich glaube, es ist nur möglich, einerseits mit einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung auf Bundes- und Landesebene zukünftige Sozialmissbräuche sowie auch diese Anzahl an Asylanträgen einzudämmen. Sollt es irgendwelche Fragen geben, bitte Fragen, ich glaube, wenn es ums Technokratische geht, bitte, dass man das im Zwiegespräch macht, weil die Anfragebeantwortungen haben wir da aber so jetzt allgemeine Fragen geben, wir stehen natürlich zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.